Hallo, guten Morgen, die Sonnenacht, der Himmel strahlt und ich strahle auch. Ja, jetzt gehe ich raus mit meinem Fraulinten, wenn der Wäschmack hier fertig ist und dann hänge mir Wäsches auf. Jawohl, ich helfe auch Wäschesaufhängen, die mag das eigentlich nicht, weil ich tue mich immer drin rubbel. Ich ziehe immer was aus dem Wäschekorb und dann rubbel ich mich da drauf. Ich mag das, ich rieche das so gerne, ja, aber dann sagt sie immer, geh du doch weg, du Wutzerkerl, sagt sie dann. Wutzerkerl nennt die mich, he he, naja gut, okay, lasse mal. Aber ansonsten macht das dann immer ganz viel Spaß und sie lacht ja immer, ja, sie lacht ja immer. Also dann ist es ja nicht so schlimm, ne. So, und dann müssen wir mal gucken, was man noch hat alles zu treiben, ne. Ja, bestimmt noch in die Garte so ein bisschen und so. Also, ich wünsche euch ein wunderschönes, sonniges Tag. Tschüss, euer Merlin.